Perfekt! Alright, heute heben wir. Perfekte Voraussetzung, mein Rücken tut absolut doll weh. Ruven ist auch da, der ist krank. Okay, nicht mehr krank anscheinend. Mhm, aber ich merke noch was. Dominik ist auch da. Hallo, ich bin weg. Auf jeden Fall beste Voraussetzung heute für ein Max Out. Ich Max, scheiße, ich Max. Das ist überhaupt mal fett. Aber voll. Voll fett. Ein Rap. Boah, Digga. Du bist schon durch? Ja, das ist ein Übung. Bro, ich hab verkackt. Gestern der Nacht der Bench war ja so gescheiße. Digga, ich kann mich kaum bewegen, ohne dass es weh tut. Beim Atmen tut mein Rücken einfach weh. Echt jetzt? Ja. Digga. Zum Glück hab ich gestern Lex gehittet. Wie der ein oder andere Warzone Server. Der lässt mich jetzt wehengen. Hahaha. Okay. Das sind doch nur 220, Digga. Ist ja warmer, man. Ah ja, okay. Soll ich mal deine 220 einblenden? Hahaha. Cut the table. Dominik meint, er zeigt jetzt genauso eine Leistung. Er sagt, das soll mich ausziehen. Aber darf ich das? Ah, ich sag gut. Ach, erst aufpumpen und dann ausziehen, ne? Kann mich jetzt auch aufziehen. Boah. Oha. Ja. Hey, 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 hey. Lick me, fuck me, touch me, suck me, slap me. Schreit. Bro, richtig shredded, Alter. Guck mal. Oh. Ich hoffe, man macht das gut, ey. Hahaha. Ich kann nicht posen. Wie kannst du Single sein, hä? Wir können gleich posen. Nein. Norm gleich, ne? Also bis jetzt geht heben noch. Ich mein jetzt bei 40, 60 oder 70 oder so. Ich schau mal. Aber solange ich mich nicht irgendwie drehe, geht's eigentlich so. Das ist richtig Shit Show heute. Da sollen noch 60 Kilo brauchen. Boah. Läuft's. Gut. Ich frage mich gerade, ob das Arschig ist. Gleich sein Gewicht. Einfach zur Power gehen. Mach. Ein bisschen Dominanz zeigen. Was geht bei Konstantin eigentlich ab? Hoffentlich 11. Ja. Reicht schon, Leute. Machen die Boys jetzt einen Klimmzug Max Out? Ja. Machen die Rücken auf dem Arsch ist. Solidarität ist das. Du legst das doch auf den Boden, ey. Was ist mit ihm? In Memories of the Dips Challenge. Digga, das ist echt schwer. Wir probieren 30. Wir gehen rein. Ich geh jetzt. Das ist ein dickes Ding, Alter. Ja, ich bin das gar nicht gewohnt. Oh nein. Kann ich ihm jemand helfen? Oh, die Unterarme. Ich muss überlegen. Was ist eure Einschätzung? Machen. Einfach machen. Scheiße. Schön. Wir kommen im Club. Alright. Hey, wenn der zählt, zählt meiner auf. Ich sag ja, halt. Halt dich mal. Das war, glaub ich, nicht damit gemeint. Du kannst mich unterstürzen. Das wäre ja hingefallen. Digga. Digga, fick mein Leben. Digga. Was ist das denn jetzt hier, Junge? Hey. Du, er ist einfach Zauberer. Magic. Einfach Zauberer vom Nebenberuf. Ja, Moin. Geil. Huuu. Aber richtig Slack, ne? Wie der Sack hoch raus, Jo. Ja, das hat man zweimal gezogen. Dann haben wir damit gemacht. Was? Ich glaube, ich kotze gleich. Denkt dran, macht keinen Max-Off in die Rückenschmerzen ab. Like us, subscribe. Willst du noch was sagen? Ey, peace out. Oh, Bro, ich hab dein Butter-Kick-Sway vergessen. So ist mein Pullover. Ach so, das auch.